Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Siedler. Alle Wohnhäuser sind voll mal wieder. Den Steinweg hier unten wollen wir wenigstens schon mal so ein Stück weit bauen. Gibt es etwas zu tun? Das sind nur Felsen. Tja, man wird wahrscheinlich gleich wieder abgefangen da, ne? Dann sollen die erstmal Kohlen ein bisschen bringen. Deswegen können wir natürlich dann gleich schon mal die erste Schmelzüge machen. Ich weiß schon, dass der weit weg ist, aber es hilft jetzt nichts. Schaut eigentlich hier unten aus, auch schon soweit fertig. Wir wollen dringend mehr Steine. Mann, oh Mann. Achso, hier waren Edelsteine. Das hab ich mir schon gedacht. Rekrutierung abgeschlossen. Dann an die Arbeit. So. Ich kann mal den Weg da hin bauen. Da haben wir ein Stück tausend. Bar weiter. Man, ich könnte vielleicht da oben auch ein neues Lagerhaus hinbauen. Oder auch hier unten. Ich weiß noch nicht. Was mir genau bringt. Zum Fallen. Also alles ist bei mir hart an der Grenze zu weit weg. Ja, unser Dorf wächst. Wenn ich jetzt meine Soldaten nicht am Anfang alle verheizt hätte. Wäre es jetzt natürlich bisschen einfacher. Bilde ich mir ein. Ich habe 10x. Ich habe 10x. Ich habe 10x. Ich habe 10x. Ich habe Club. Bereit? So die Kunden wiegen können wir ein bisschen anheizen. Der Schmelzuchen soll dann auch schneller arbeiten. Da fahren wir wahrscheinlich noch einen zweiten. Wir haben vielleicht hier noch ein Lagerhaus hin. Auch diesmal können wir auch Wagenbauer bauen. Warum halt da ins Hindern kann es nicht mehr so weit weg sein. Wieso denn 0,32 im Vorrat, wenn nicht alle schon irgendwo vorreserviert sein. Also 1 der Werkzeugschmieden 30 Mal. Eindeutig genug Werkzeug. Nur noch eine Lieferung. Hier noch ein Lagerhaus hin. Kann es aber keiner mehr beschweren. Feind in Sicht. Eis. Alles gut. Das sieht sich jetzt natürlich alles ein bisschen. Alle Wohnhäuser sind schon wieder voll. Mhm. Mhm. Ja. Die sind nicht. Ja. 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 Die Gesandten wollten, dass ich hier warte. alle. Ach grade ist so bisschen Stillstand hier. ich bin so ein bisschen fest gefahren gerade. Wie doof. So, das hier ist jetzt wenigstens fertig. Dann kann sich hier nämlich keiner mehr beschweren. Aber ich brauch grad einfach mehr Häuser. Oh, ich krieg wieder Null aus. Hier ist ein Sägewerk. Gibt ja eh schon mal Fische. Überall voll. So, da auch eine Steinstraße hin, wenn die bisschen flotter die Fische mal bringen. Und da, wir machen von allem ziemlich viel. Dann hafen wir auch langsam recht. Kostet viel, 20 von allem. Der erste neue Sägewerkbahn, das bisschen flotter Fahrer angeht. Tja. Unser Holzproduktion. Sonst, dass hier so gar keine Rohstoffe mehr sind. Wollen wir sicher, dass da. Zumindest drei sind, gott wäre ich grad müde. Gibt's ja nicht. Und hier können wir noch nicht. Ich glaub selbst, die alle schick sterben die einfach, oder? So. 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 Erfolgreicher Angriff. Richtig gut. Okay. Bein. Okay. Huh. Ich habe das ganze noch gesehen. Es ist toll. Die kriegen am Boot. Das wollte ich nochmal abholen. Ja bisschen wenig Holzfälle erhütten. Eine ist... Mein leichtester Auftrag heute. So noch mehr Holz für uns. So die hier bringe ich schonmal alle Kohle. So das zweite C-Gewert loomt sich langsam. Hier können sie fleißig Fisch sammeln ohne Probleme. So wieder alle Wohnhäuser voll. Feind in Sicht. Steine dürfte eigentlich immer hier hinbringen. Sonst fast gar kein Grund, dass die irgendwo wären. Ja. Ja. Die Waren sind schwer. Dann passieren den Schmelzöfen jetzt raus. Dann können wir endlich Waffenschmieden bauen, wenn wir mal wieder genug Steine finden. Das ist gar nicht. Feind in Sicht. Da können wir Steine. Mach dir mal was. Bitte. Bitte. So. Kohle wird jetzt mal ordentlich herangeschafft hier. Also Stein für Stein brüste ich auch nirgends mehr glaube ich. Da ging es ja eigentlich auch super viel. Eh lächerlich das ist das nur so. Schlecht gerade funktioniert. So ein Steinchen noch. Komm. Ich gleich einen zweiten bauen. Jetzt habe ich auch genug drücker zagen. So. Da können wir zweite Waffenschmiede bauen. Dann endlich wieder Armeen haben um diese vier Hansen hier überall umzubringen. Da waren sie nochmal cool. Ja die cool Dinger müssen immer auf Volldampf laufen. So. Wie wäre das? So. Wie ist das? Wie ist das denn? Oh. Und ich bin jetzt im Moment mit dem Viertel. Und ich habe jetzt dann wieder auf. Das ist ja so schön. Das ist ja auch auf dem Wettel. So, die holzen jetzt den Wald hier doch relativ flott ab. Upsi. Sehen wie lange das hält. Jetzt warte ich mal 20 Steine ab, damit wir im Farm. Ja, als nächstes wollen wir ein bisschen warten, bis wir genug haben, dass wir einen Affen packen können. Oh. 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 ich bin bereit da ihr solltet für die drei hier oben schon reichen 4 steine noch dann können wir einen hafen bauen und geld verkaufen bis wir 50 haben und 50 auch schon geld verkaufen rohstoff verkaufen bis wir 500 gold haben das wollte ich eigentlich sagen mir tut alles weh feind in sicht aber wir können einen hafen bauen feind in sicht melde gehorsam feind in sicht feind in sicht bereit ja man zieht dem nicht den roten hier schon wieder an bereit unsere häuser werden belagert wo soll ich hingehen laut ihr schutz jetzt hier doch mal so blöden turm hinbauen wir haben echt durchgehend zu wenig leute und zu wenig steine nichts schwärzer als kohle den spruch haben wir auch noch nicht gehört wir haben einen stein noch jetzt wieder einer weniger wo auch immer er den mal hinbringt hier unten bauen soll ich jedenfalls noch ein zwei feind in sicht wir sind bereit bereit zum dienst wenn ich da jetzt mal hier angreifen und ist die roten nicht sofort angehen die roti war abgeschlossen gibt es etwas zu tun dann noch mehr waffen unsere armee wird angegriffen da hälfte immer ganz flott ich meine ich sterben die die roten die roten Unsere Armee wird angegriffen. Feind in Sicht. Wo kann ich helfen? Wo ist die Droide? Ich muss jetzt unbedingt so einen blöden Turm hier oben hin bauen. Ohne den geht es ja gerade gar nicht. Rekrutierung abgeschlossen. Gut, aber so langsam fangen wir uns wieder, denke ich. Wenn man fair kaufen. So was. Auf jeden Fall. Okay. Mehr Waffenschmiede wollen wir haben. Ich muss mich ausholen. Stehe bereit. So, sehr schön. Aber wie es weiter geht es hier mal. Im nächsten Part von Let's Play die Siedler. Neue Allianzen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und macht's gut bis dahin. Tschüssi.